Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play, Iner, Jones und die Legende. Na, Kaisergruft. Mit mir in den Pirates sind immer noch hier unterwegs und reisen nach Jerusalem. Hä? Reisen nach Jerusalem? Was? Reisen nach Jerusalem? Wieso bekomme ich so viel? Okay, geil. Ja, wir machen weiter hier mit dem Spiel und einem wunderschönen Abenteuer und sind immer noch natürlich hier bei Pingyang auf dieser chinesischen Insel, wo die Deutschen ein, ähm, ja. Wie soll man denn sagen? Ey, man darf nicht mal Schaden kriegt, ne? So. Ja, wenn wir mal hier bei den Deutschen, äh, auf den Deutschen Geheimbunker hier, so ein, äh, Geheimbunker, das war. Was ist denn das? Okay. Halt! Das ist schön, war einer! Das ist alles wie so ein Schläger der Nazis. Legt die mal hin. Okay, keine Ahnung, was jetzt war ein, was er für ein Vogel war. Okay, aber auf jeden Fall können wir jetzt wohl nach unten. Ja, ja, das ist ein bisschen, äh, schwer hier, also, äh, wie ohne, diese, diese, dieser, dieser Schauplatz. Aber, okay, irgendwie, jetzt geht es ja wieder, ne? Also, jetzt gerade geht es. Das ist gleich ein bisschen so. Nein, natürlich, natürlich passiert dir das, äh, natürlich. Aber, ja, ja, aber auch überhaupt, ne? Und den Deutschen ausschalten. Nein, natürlich kannst du das nicht mal so abrutschen, dämlicher Idiot. Jetzt? Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Das ist auch zu hoch. Na gut. Mach einfach durch, Mensch. Hab den Alarm auf anderer Seite. Der hat mir Alarm auf seiner Seite, oh. Wie kann ich da jetzt rüber, ohne dass du mich gleich sieht? Ja, wie kommen wir jetzt? Okay. reicht die entfernung es ist so dumm dass ich da aufhängt und du kannst auch nicht zugreifen gar nicht ein bisschen so vielleicht er ist ein bisschen doof weil ich auch keine lust dabei zu suchen weil ich habe keine lust von dem entdeckt zu werden ja wunder wie komme ich darüber wenn du ein bisschen schräg abspringen damit ja gar nicht mehr ran ja er kann auch die auch nicht hochziehen nicht ein stück geht das ja wie sollte jetzt überkommen ohne entdeckt zu werden bitte es ist so blöd ernsthaft ist so blöd naja die machen soll dann muss ich hier hoch als kann es sich sein als ob er dann hin zu hoch kommt jetzt geht doch einfach hoch warum nicht er kann sich auch traurig er kann sich nicht aufziehen das kann sich vergessen bei dem kerl das ist ja logisch nö ich bin ja so ziemlich auch nicht drauf da so ein deutscher aber pummel ja was soll ich jetzt machen nee das wäre jetzt die einfachste und beste löse der weltgeschichte gewesen aber das spiel doch nö ich weiß gar nicht was das hier sollte aber warum kann ich denn nach unten hin er sieht mich nicht gesehen egal trifft mich die bei den alarm auslösen dann leid ihr einen schlag macht ja ja hallo wirst du mit dem los natürlich ist doch da alle verkehrt ja jetzt geht drauf danke wenn noch jemand atmen nein mit diesen papieren müsste ich am wachposten vorbeikommen das funktioniert nicht das ist schon mal gut ich habe schon mal wenig die papiere das würde ich jetzt nicht noch mal am wasser ich würde mal ganz gerne mal am wasser auf aber angeblich lieben Frauen Männer in Uniform die hier ist wohl eine Ausnahme eine Ausnahme die darüber gegründete drin das für die Ok, die sagen nichts. Feltwebel, Oberst Siemens braucht dringend einen Boten, der Oberst von Beck einen geheimen Brief überbringt. Draußen steht ein Motorrad. Fahren Sie damit zur Kommandantur. Feltwebel, haben Sie nicht was vergessen? Tosche! Beeilung! Ja, er kann ja kein Deutsch. Der Weg nach Peng Lai. Ach so, wir sind erst in... Ach so, wir sind doch nicht auf Peng Lai. Wir sind erst in den Bergen. Ach so. Das war Indiana Jones. Seid froh, dass wir noch leben. Hm. Okay. Das funktioniert nicht. Noch ein Medi-Kid. Drei Medi-Kids. Und drei. Und der Team müsste eigentlich auch noch relativ gut sein. Oh, ja. Müller wissen wir, wo ich hier... langen muss. Ähm. So, jetzt wagen. Ich probier's mal. Aber jetzt ist ein Alarmhebel. Ah ne, tatsächlich nicht. Das ist das. So, okay. Ich hab's als ein Alarmhebel wahrgenommen. Na gut. Tschüss ihr Idioten. Okay, sie sind doch gut durchgekommen. Hm. Es sieht nicht im Film aus, oder sicher als Deutscher verkleidet. Das funktioniert nicht. Hm. Diese Lüftungsschächte scheinen durch die ganze Anlage zu laufen. Ja. Warum? Ach, weil er der gleiche war wie ich. Ah, okay. Na jo. Hält es auf, wenn ich hier rumschwinge ein bisschen und fallen auf Indiana Jones mache. Hält dich auf. Sehr schön. Oh. Okay. alle sind tiefer abgang gegangen das wäre und warte okay wer gerade er wäre damit zugeschissen willst du nicht weiter was wäre doch da okay die sache gefällt mir nicht ach so ok verstehe ok sie sitzen wirklich gleich hier schlück mal vorsichtig geguckt was ihr abgeht da geht sie nicht lang für mich das war die sie noch mit los ist ja das funktioniert nicht das geht nicht das funktioniert auch nicht aber wir sind auf jeden fall gut ausgestattet das natürlich sofort beenden nicht dass wir noch poppens klicken das läuft ja gerade richtig am schnürchen auf jeden Fall jetzt treten wir in die fresse ja mal irgendwas hauptsache hauptsache ja natürlich bei ja hallo hauptsache ja ist gut beschissen kack general kamera wakt tschüss damit wir auch weg hat man hüpfen verloren egal also ich kann ich kann jedes jedes ding benutzen außer da steht warnung drauf kann das sein jemand hat den strom abgeschaltet irgendwo hier müssen die generatoren stehen das funktioniert nicht also sind die beiden da oben gestorben aber egal noch ein wenig junge hat heute los ja ganz zeitlich so hier gibt es gaben die kürze aber zugeschissen aber ich nehme ich bin ein dankbarer mensch bin ein sehr dankbarer mensch wenn man mir das gibt dann nehme ich an ist das aber wir haben die wundschaft wir kommen wir kommen da hinten general raus das funktioniert nicht das funktioniert nicht da oben halt da oben ist es warte mal das funktioniert nicht mhm ah warte ich weiß wie das geht also das ist es das ist ich jetzt mal so ich schätze mal nie das ist so gut gehabt er darf jetzt kein schaden hier ist ein kette also oh gott Das ist knapp. Uh, 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 uh. Hi. Wieso? Achso, weil ich kein... Achso! Jetzt entdecken mich alle. Achso, das wusste ich doch nicht. Steck dir ein. Oh, es dauert bei dir immer drei Jahre, bis du knarre einsteckst. Dann, warum ist es eigentlich so super? Machen wir, machen Putzelbaum. Oh! Ich hab bei dem Tyler mal drei Jahre, ne? Oh Gott, es war ein bisschen knapp. Ja, das war ein bisschen, bald ein bisschen spät reagiert, könnte man sagen. aber okay jetzt erprüfe ich jeden 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 deutschen diese jeder auf dem maul egal welchen deutschen kriegt das maul in kein deutschen nur haben wir denken ich warte noch weil ich war aber ich warte noch quatsch nimm es gleich jetzt vergess es nicht aber ich warte noch jetzt muss ich nur noch die bremse lösen und schon bringt mich die gondel ans ziel und flammenwerfer kommen das funktioniert ja morgen general der führer gesagt wird schlafen so jetzt den glückwunsch und schlafen gefördert hallo als den stuhl ok warte ich nehme hier kommen wir nicht mehr so jetzt los geht es ich sollte mir langsam einen neuen job zu machen nein haben wir denn hier geschossen junge und zieht sie dann die knallt wo ist der nick wo ist die nahe die andere ja natürlich danke danke wird abschütteln ich habe es gut aber jetzt müssen die knaller auch nicht schlecht und jetzt und jetzt wir haben gleich wieder zurück wie her gekommen bin bitte nicht verkacken jetzt ja nein das war doof gut gehabt auf jeden fall ausreichen ja du flachzange morgen nein nein spart ihr muni oder idioten brauche ich keine muni ihr zu dumm zum kämpfen so ein bisschen doof ist so blöd gesprungen wenn ihr glück gehabt da ist das spiel zum glück dann wieder doch ein bisschen fair soviel zur tarnung weg mit dieser lächerlichen verkleidung doch gut geklappt schwindende höhe überlebe die seiten sie die seilbahn die gar nicht nur ein bisschen station das überlebe bis sie selber nicht erreicht hat ok penglei mountains machen wir an der nächsten folge ich denke zumal weiß ich nicht vielleicht so dass wir keine ahnung wir sind auf jeden fall nächstes mal wieder ich danke fürs zuschauen ich hoffe dass euch heute wieder spaß gemacht hat hier an der cover mit mir zu sein auf jeden fall lustig spaß gemacht wir sehen uns nächstes mal wieder haut rein tschüss euer pirates ciao bis nächsten mal tschüssi